Willkommen zurück Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir haben entscheidende News für VeChain, VIT und auch für Crypto.com, die sich eine neue Lizenz gesichert haben. Des Weiteren möchte ich auch nochmal kurz auf die Trading Strategie eingehen, also wie man Trade eröffnet, weil das immer mehr und mehr in die Kommentare schreiben, wie ich das dann eigentlich mache, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, gehen wir eigentlich direkt in den Splitscreen rüber und machen das so fix wie möglich. Es ist Wochenende, wir haben alle keine Zeit. Und ja, wir sehen natürlich hier VeChain mit tatsächlich knapp 30% Rakete, die sie jetzt erstmal hier hingelegt haben. Damit haben sie rein prozentual natürlich auch schon den einen oder anderen Altcoin outperformed. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ihr wisst, VeChain ist ein absolutes Steckenpferd von mir. Und wir haben nämlich eine entscheidende News dazu, nämlich auf Coinbase. Denn Coinbase hat letztendlich VeChain und Vitor nun zur Roadmap hinzugefügt. Da war ich erst so ein bisschen perplex, weil ich eigentlich irgendwie gedacht habe, dass das schon ewig so der Fall gewesen sei. Und dann habe ich so ein bisschen runtergescrollt in die Kommentare. Und ja, dann hat es auch da einer reingepostet, dass es letztendlich seit Juni 2020 schon so ist, dass sie zur Roadmap hier hinzugefügt haben. Aber gut, wir haben ja auch nur drei Jahre gewartet, dass es dann vielleicht tatsächlich nun final umgesetzt wird, dass VeChain und Vitor dann eben auch gelistet und gehandelt und getradet vor allem werden kann. Das könnte auf jeden Fall noch eine Reihe neuer Investoren dazu bringen, die natürlich den Preis auch wieder pushen. Und VeChain hat ja sowieso den Vorteil, nicht in den USA ansässig. Und China macht ja gerade so ziemlich den Markt auf. Die chinesische Regierung hat die VeChain-Technologie schon benutzt. Und die haben sich ja eine krasse Partnerschaft nach der anderen gesichert. Schaut da gerne zu die letzten Videos. Von daher denke ich schon, dass VeChain definitiv in der Lage sein wird, sein All-Time-High wieder zu schlagen. Wir haben ja auch mal eine Long-Term-Prognose drin gehabt, die kurzweilig wieder hinfällig war, weil VeChain ein neues Lower Low gemacht hat, was aber grundsätzlich für uns gar nicht so viel verändert hat. Also dementsprechend die Preislevel sind immer noch ähnlich, was ich mir für den Bullrun, für den Peak erwarten kann. Und das sind tatsächlich nach wie vor 46 bis 57 Cent für VeChain. Also da ist nach wie vor immer noch einiges drin. Und je tiefer der Markt natürlich, desto größer ist die prozentuale Rendite dann natürlich auch. Und ja, Glückwunsch an all diejenigen, die jetzt hier schon mal den tiefsten Punkt getroffen haben. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Kommen wir zum Thema Trading. Das Ganze machen wir über Maxi, weil wir dort einfach die günstigsten Future-Trading-Gebühren haben, die günstigsten Spot-Trading-Gebühren. Also sowohl per Spot kaufe ich alles über Maxi als auch dann fürs Trading. Wichtig, das ist jetzt einfach nur ein reines Beispiel. Nur weil ich das jetzt zeige, heißt es nicht, dass ich eine Long-Position bei VeChain eröffne. Also einfach nur, dass ihr nochmal wisst, wie es geht. Ansonsten ein ausführliches Trading-Tutorial habe ich ja auch schon gemacht. Das ist immer bei meinem Kanal eigentlich als Banner mit drin. Schaut euch das hier definitiv gerne nochmal an. Aber letztendlich ist es nicht wirklich schwer. Wir gehen hier in dem Fall dann auf Futures. Und dann wird natürlich hier der entsprechende Markt ausgewählt. Dann können wir uns hier das natürlich anschauen, geben dort das Handelspaar ein, das wir gerne am liebsten hätten, also am liebsten traden würden. Als Beispiel in dem Fall jetzt VeChain. Und dann haben wir gleich die Möglichkeit, eine Position zu eröffnen. Ganz, ganz wichtig hier nochmal gesagt. Und zwar, warum das so wichtig ist, dass man es dann auch auf Maxi nachmacht. Also ganz oben in der Videobeschreibung ist ja meine Trading-Gruppe, wo ich übrigens fast die 1000 Mitglieder geknackt habe, wo ich auch ein Gewinnspiel dann dafür auch nochmal machen würde. Warum es so wichtig ist, das dann auch auf Maxi selber zu machen? Denn andere Börsen, also andere Broker, unterschiedliche Preise. Das heißt, wenn ich beispielsweise jetzt eine Buy-Limit-Order bei VeChain setze, bei hier 0,0183, einfach nur als Beispiel, dann kann das sein, dass ich bei Maxi getriggert werde, bei Binance, KuCoin oder so aber nicht. Also das variiert meistens nicht sehr stark, aber gerade auch in Kombination mit dem Nachtspread und so weiter, kann es da definitiv Unterschiede bei den Brokern geben. Und dann kann es wirklich mal sein, dass man in dem Trade nicht drin ist oder der Stop-Loss getriggert wird, obwohl man eigentlich noch gar nicht ausgestoppt wurde, einfach nur, weil man eine andere Börse genommen hat. Und Maxi hat für mich auf jeden Fall auch meistens die günstigsten Preise für die Spotkäufe und tatsächlich, wie gesagt, auch überall die günstigsten Gebühren. Also ist daher absolute Favoritenbörse aktuell. Und wie wir das dann beispielsweise machen, das startet hier meistens automatisch mit einem 20er Hebel. Ich bin absolut kein Fan davon, sich zu überhebeln. Dementsprechend bei mir ist es dann eher, ja, im Regelfall 3er bis 10er Hebel, eigentlich eher so 3 bis 5, dass ich einen 10er Hebel benutze, ist selten. Also 5er ist eigentlich so mein Standardhebel, das ist noch ein überschaubares Risiko. Und genau, da überhebelt man sich nicht, das geht dann immer relativ gut. Muss man dann für den Short natürlich auch umstellen, wenn man es so machen möchte. Aber jeder kann natürlich, wie er möchte. Ich halte da niemanden auf. Dann kann man es letztendlich so machen. Man gibt hier dann den Preis an, zu dem man letztendlich kaufen möchte oder verkaufen möchte. Je nach Limit Order. Genau, also ich mache es eigentlich im Regelfall immer mit einer Limit Order. Es sei denn, der Coin ist schon in meinem Bereich angekommen, wo ich ihn gerne traden würde. Dann gehe ich natürlich hier auf Marktausführung. Ansonsten ist es halt wirklich so, ja, dass ich da in dem Fall immer eine Limit Order setze, weil ich natürlich vorher analysiere, wann will ich ihn traden und dass das Ganze dann automatisiert ist. Denn, wie gesagt, manchmal haben wir da wirklich, dass der Markt einfach nur so reindippt und dann hat man ohne eine Buy Limit Order oder eine Short Limit Order umgekehrt natürlich gar nicht die Möglichkeit, tatsächlich den Markt dann zu bekommen per Marktausführung. Man kann ja auch nicht den ganzen Tag vorm Handy oder vorm PC hocken und nur darauf warten, dass der Bereich eingelaufen wird, deswegen im Regelfall bei Limit Order, aber geht natürlich genauso auch per Marktausführung. Dann kann ich hier natürlich mit dem Regler einstellen, in wie viel Prozent tatsächlich von meinem Volumen da jetzt eingesetzt werden soll. Ich gehe in der Regel mit niemals mehr als 5% in den Markt rein. So kann man das natürlich dann machen, wie man möchte. Achso, Thema isoliert. Wie gesagt, ausführlich schaut euch bitte wirklich nochmal das Trading Tutorial hier an. Da habe ich auch die Begrifflichkeiten hier isoliert und Cross etc. nochmal beschrieben erklärt. Ich nutze im Regelfall immer einen isolierten Hebel und dann kann man natürlich so den Trade hier per Long oder per Short eröffnen. Dazu dann natürlich noch das entweder manuell machen, indem man es direkt eröffnet oder hier auch seinen vernünftigen Take Profit und seinen Stopplast dann in dem Sinne auch einsetzt. Und sobald der Trade eröffnet worden ist, hat man auch die Möglichkeit, mehrere Take Profits dann in dem Fall einzustellen, dass man schon Teilgewinne zieht, wenn 10%, 20% Profit sind und das Ganze dann aber noch weitergeht, dass man so ein bisschen den Swing Trade quasi auch noch daraus machen kann, das ein bisschen herauszögern kann und auf jeden Fall Teilprofite immer mitnimmt. Genau, so funktioniert natürlich das Ganze. Wie gesagt, war jetzt nur ein absolutes Beispiel. Ich habe jetzt keine Long-Position bei VeChain eröffnet. Ihr wisst, ich treue da immer antizyklisch. Ich gehe niemals mitten in den Trend rein, auch wenn es hier naheliegend ist, dass wir jetzt erstmal natürlich vielleicht noch ein bisschen weiter steigen. Ich warte dann natürlich auf eine Korrektur. Updates dazu gibt es natürlich immer in der Trading-Gruppe, sowohl der Maxilink als auch meine Trading-Gruppe, die es kostenlos sind, oben in der Videobeschreibung. Lass uns auf jeden Fall jetzt die 1000 Mitglieder voll machen. Das wäre ein schöner Startschuss. Was ist denn jetzt hier los? Das wäre ein schöner Startschuss zu meinem Geburtstag. Ich habe nämlich Sonntag, Geburtstag, werde frische 29. Und dann kann ich auf jeden Fall auch was zurückgeben, dass wir die 1000 Mitglieder erreicht haben in der Gruppe. Gut, nun aber genug geschnackt zum Trading und VeChain. Wir haben nämlich noch eine andere News, nämlich zu Crypto.com. Und zwar gibt es jetzt hier die Lizenz oder die Registrierung in Spanien. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal auf der offiziellen Crypto.com-Seite an. Crypto.com erhält Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte in Spanien und breitet damit das Angebot natürlich in Europa weiter aus. Und das ist sehr, sehr gut, denn im Gegenzug hat Binance da ja so ein bisschen auf die Mütze bekommen mit der Lizenz, zumindest was Frankreich und Niederlande etc. angeht. Also, ja, das geht auf jeden Fall schon gut voran für Crypto.com. Also Crypto.com, ja, die Kurse sind extrem abgestürzt. Ich denke, wir alle hocken ordentlich in den Miesen mit Crow, mit dem Crow Investment. Aber das ist für mich nach wie vor ebenfalls eine sehr, sehr gute Börse, wo ich nicht trade, aber die ich als App einfach in dem Fall super finde. Und auch nach wie vor die Debitkarte nutze ich jeden Tag für meine Zahlungen. Und, was ja auch in einem Interview von Chris Macalek rausging, dass wenn die Marktlage wieder deutlich besser ist und die Kurse deutlich höher stehen, sollen Benefits auch wieder zurückkommen. Und dementsprechend werde ich auch nach wie vor keinen Kartenhopping betreiben, sondern, ja, das ganze Ausschwitzen. Ich denke, dass das auch alles sehr, sehr gut ausgeht. Wir schauen uns gleich natürlich auch nochmal den Kurs an. Ja, Singapur, 23. Juni. Crypto.com gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Bank von Spanien die Registrierung als Virtual Asset Service Provider erhalten hat. Crypto.com sicherte sich diese Registrierung nach einer umfassenden Überprüfung der Einhaltung der Geldwäscherichtlinie, wo Binance Frankreich durchgefallen ist erstmal, und andere Gesetze zur Bekämpfung von Finanzkriminalität sowie der Maßnahmen zum Schutz der Nutzer. Mit dieser Registrierung kann Crypto.com den Nutzern in Spanien eine Reihe seiner Produkte und Dienstleistungen anbieten. Und so weiter und so fort packe ich euch auch gerne in die Videobeschreibung. Jetzt natürlich nochmal für die, die jetzt vielleicht über die Spanien-News einfach nur darauf gekommen sind, was das Ganze beinhaltet, was das Ganze ist. Wir wissen da ja auf jeden Fall Bescheid. Schauen uns hier natürlich auch nochmal den Kurs an von Crow, und der sieht strukturtechnisch nicht schlecht aus. Preislich ist es natürlich noch eine Katastrophe. Das wird nach einer Weile dauern, bis wir hier wieder im Plus stehen. Aber im Vergleich zu vielen anderen Altcoins hat Crow tatsächlich auch endlich mal Struktur hier aufgebaut. Also wie aus dem Lehrbuch, Zip, Zip, Zip. Das sind die Bewegungen, die wir hier immer sehen wollen. Und ja, das sind aus dem Bereich hier dann auch tatsächlich schon wieder über 10%. Nicht verkehrt. Und generell, ja, wenn er nicht hier aber natürlich wieder bullisch funktionieren will, dann muss er dieses Hai hier definitiv schlagen. Also mit der Reaktion hier nochmal drüber kommen. Dann soll er gerne nochmal runterkommen und uns ein bullisches Korrekturlevel anbieten, wo wir ihn gerne dann auch nochmal traden würden. Und von da aus soll er dann zukünftig weiterziehen und dann auch mal wieder Richtung 10 Cent laufen. Und das kann ich mir aber gut vorstellen, dass das tatsächlich auch in den nächsten ein, zwei Monaten schon passieren könnte. Denn wir haben es natürlich gesehen, die Big Player entern langsam den Markt oder haben zumindest mal ihre Lizenzen etc. dafür beantragt. In Richtung Spot ETF etc. Auch von den größten Vermögensverwaltern, die wir überhaupt im Markt haben. Also von daher, ja, Bitcoin-Dominanz steigt aktuell, wird noch ein bisschen so weitergehen, aber es wird auch zeitnah dann ordentlich in die Altcoins umverteilt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, das war bisher immer so. Auch wenn die Vergangenheit natürlich keine zukünftigen Resultate garantieren. Ich bin da aber definitiv der Meinung, dass es so kommen wird und bin natürlich auch auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zum Crow-Kurs und zum VeChain-Kurs? Wie viel ist eurer Meinung da noch drin im Bullrun? Peak vielleicht in Richtung 2025. Bin ich sehr gespannt drauf und würde, würde mal sagen, ihr lasst ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.